Der 8. Jänner 2012 beginnt mal mit einem ausgiebigen Frühstück. Das ist ja nur neidisch. Das Buffet im Park Royal bietet eine große Auswahl an verschiedensten Speisen an. Unsere Reiseleiterin Nure erwartet uns um 9 Uhr in der Rezeption. Es bleibt uns also genug Zeit, das Frühstück zu geniessen. Unser erstes Ziel heute ist die Mahapanasana Cave. Es verirren sich eigentlich keine Touristen hierher, da dieses Ziel von kaum einem Veranstalter angeboten wird. Die Mahapanasana Cave wurde anlässlich des sechsten buddhistischen Konzils gebaut. Und schon da? Ja, drinnen ist ja dieses Steihüllerbude im 1952 gebaut. Für den sechsten buddhistischen Konzils. Am Eingang zur Cave spenden wir für das Essen eines Tages eines Mönches. Die Spender werden in ein Buch eingetragen und erhalten einen Beleg. Die Spender werden in ein Buch eingetragen. Okay. 1,700 Euro für Mittagessen. Entschuldigung. Und spendet man? Ja. Das clone der Name und der Name unseres Landes. sorgt scheinbar für Heiterkeit. Hier in der Mahapanasana Cave legen die Mönche in einem von drei Teilen ihre endgültig letzte Prüfung ab. Die Mönche müssen hier die auswendig gelernten buddhistischen Schriften zitieren und das sind immerhin um die 400 Bücher. Drei Fehler sind erlaubt, dann wird die Prüfung abgebrochen. Jeweils 40 Minuten mit 10 Minuten Pause. Das geht so von 9 Uhr früh bis 21.30 Uhr abends mit einer größeren Pause von 10.30 bis 13 Uhr. Dem zu prüfenden Mönch sitzt ein Prüfer gegenüber, der den zitierten Text mitliest und beim dritten Fehler dann abbricht. Alle Mönche zitieren gleichzeitig, entsprechend seltsam klingt es hier in der Cave. Bislang gibt es nur zwölf Mönche in Burma, die es geschafft haben, alle drei Teile der Prüfung zu bestehen. An der schwindenden Lautstärke merkt man, dass soeben eine Pause begonnen hat. Wir verlassen die Cave und machen uns auf den Weg zur gleich gegenüberliegenden Kabai-Bagode. Des öfteren begegnen uns junge Novizen, die um Geld betteln, was nach buddhistischen Glauben eigentlich nicht erlaubt ist. Vor dem Eingang zur Kabai-Bagode befindet sich eine Wahrsagerin. Junge Novizinnen bei einer kleinen Jause. Und während die jungen Nonnen essen, sehen wir uns die Pagode etwas genauer an. Wie immer erwirbt Nuhe ein paar schöne Blumen als Opfergabe an Budda. Und deswegen, dass die immer möglich sind hier natürlich auch das Geburt von Budda geklugt. Ja, das ist die Stadt. Wie schaut die Band dazu aus? Die Blumen, die kommen ja von dem Stamm. Von dem Stamm, ja, der hat sich nicht von dem Stamm. Hier in der Pagode finden sich Buddha-Statuen und Abbildungen aus den verschiedensten Ländern. Ja, also Sri Lanka und Thailand und ja von Indien und ja die verschiedenen Buddha-Figuren aus den verschiedenen Ländern. Genau, die Grenzen, die mich sehr interessieren. In der Kabai-Bagode werden drei Reliquien Buddhas aufbewahrt. Normalerweise ist der Zutritt zu den Reliquien verboten und diese sind versperrt. Aber da wir so sympathisch sind, lässt man uns die Reliquien doch bestaunen. Einer der Wächter hilft uns mit einer Lupe die Knochenteile Buddhas besser zu erkennen. Wobei es sich nur bei der Reliquie in der Mitte um eine Buddhas handelt. Links und rechts davon sind Reliquien von seinen beiden Lieblingsschülern verwahrt. Hier mal ein genauerer Blick auf die heiligen Knochenteile. Wir verlassen die Pagode wieder und entdecken etliche Einheimische, die durch das Schrubben des Bodens Verdienste erwerben wollen. Je mehr Verdienste erworben werden, umso größer die Chance im nächsten Leben ein besseres zu erwerben. Ein letzter Blick zurück auf die schöne Kabai-Bagode. Unser weiterer Weg führt uns durch einen kleinen botanischen Garten. Wir machen uns nun auf die Suche nach einem Taxi, um unser nächstes Ziel, den Großmarkt von Yangon anzusteuern. Taxi gefunden. Herr Tintetung ist so freundlich, uns zum Großmarkt zu fahren. Das U bedeutet Herr. Der Großmarkt ist eigentlich rund um die Uhr geöffnet. Viele Händler kommen mit ihren Waren aus allen Staaten Burmas angereist. Meist treffen sie gegen vier Uhr früh ein. Auch hier haben wir exakt null Touristen gesichtet. Es ist halt auch kein Ziel bei den Veranstaltern. Aber der Markt liegt auch ziemlich außerhalb des Zentrums, ist weit entfernt von den klassischen Sehenswürdigkeiten. Einem Besuch ist da aber allemal wert. Dann wollen wir mal durch den Markt bummeln und uns all das Obst und Gemüse ansehen. Dann wollen wir mal durch den Markt bummeln und uns all das Obst und Gemüse ansehen. Überall in Yangon stößt man auf Fotos vom ermordeten General Aung San. und seiner berühmten Tochter der Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi. Für uns geht es jetzt aber weiter, denn wir haben die große Ehre, von Nui zu sich nach Hause zum Essen eingeladen worden zu sein. Neben ihrer Familie lernen wir auch ihre Katzen Nyo Ma und Kyaw Park kennen. Das ist Kyaw Park. Und das ist Nyo Ma. Nouris Neffe Chittan. Nouris Neffe Chittan. Nach dem Mittagessen schafft es Nui im Internet Café ihrer Eltern eine Telefonverbindung nach Neu Niederschrems herzustellen. Und so kann Doris in der Heimat berichten, dass wir gesund in Myanmar angekommen sind. Das Internet Café befindet sich übrigens genau unter Nures Wohnung. Wir wollen jetzt aber weiter zum Scott Market. Hauptsächlich um Lounges zu kaufen. Die traditionelle brumesische Kleidung. Aber zu einem schönen Loungi gehören natürlich auch die richtigen Flip Flops. 3.000 Chatt, also knapp 3 Euro werden diese Flip Flops kosten. Lounges werden nur durch einen Knoten gehalten. Dieser Knoten ist aber eine Wissenschaft für sich. Die Lounges für Männer sind Einheitsgrößen. Die wunderschönen Lounges für Frauen werden allerdings maßgeschneidert. Nach einem dermaßen anstrengenden Shopping haben wir uns ein Bad im Pool des Park Royal Hotels mehr als verdient. Eigentlich wollt ihr nur noch mit uns am Abend die Botathong Pagode besuchen. Da sie aber schon recht müde war, haben wir sie nach Hause geschickt und uns selbstständig auf den Weg zur Schweda Gon Pagode gemacht. Die Schweda Gon Pagode ist das größte Heiligtum der gläubigen Buddhisten Mya Maas. Besonders abends strahlt sie immer wieder eine unglaubliche Faszination und Magie aus. Zumindest für uns. Seit neuestem gibt es auch ein Fernrohr, mit dem man die edelsteinbesetzte Spitze der Pagode betrachten kann. Hier wieder einer der über das ganze Land verstreuten Fußabdrücke Buddhas. Wir lassen jetzt aber wieder die Magie der Pagode auf uns einwirken und machen einen Rundgang um die Pagode. Musik Dieses Jahr findet das Schweda Gon Festival statt, anlässlich 2600 Jahre Schweda Gon Pagode. Daher gibt es diesmal sogar Souvenirstände in der Schweda Gon Pagode. Wir erstehen an einem Stand zwei Lesezeichen als Souvenir. Musik 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 Amen. Die Kirche von der Kirche Mit unserer Videokamera sind wir natürlich auch immer wieder interessant für die Jugendlichen Yamas. Und neben gläubigen buddhistischen Mönchen scheint es auch gläubige buddhistische Katzen zu geben. Und so wie die Katze verschwinden auch wir, nämlich im Bett unseres Zimmers im Hotel Park Royal.